Guten Tag, mein Name ist Igor Campana, ich komme direkt vom Minitechner und ich befinde mich am Portwell-Stand. Wir zeigen Ihnen heute etwas ganz, ganz Besonderes. Leider durfte Portwell selbst dieses Produkt nicht offiziell vorstellen, wegen gewissen NDA-Vorschriften. Es geht hier um ein sehr kleines 3,5 Zoll-Mainboard und das Besondere ist die CPU und der Chapsets. Denn es handelt sich hier bereits um die neue Intel Man-Load-Technologie, beziehungsweise wie Intel das angekündigt hat, werden die neuen Prozessoren nun Atomen reißen. Und es ist ein 3,5 Zoll-Mainboard, basiert auf dem ähnlichen Prinzip wie bisher bei AMD-GeoD-Prozessoren. Sehr stromsparend. Der große Unterschied bei Intel Man-Load ist allerdings die extrem hohe Performance per Watt. Das heißt, wir sprechen von einem ähnlich geringen Stromverbrauch wie beim GeoD in etwa 3 Watt, aber die Leistung soll in etwa die eines Pentium-M-Prozessors sein. Und vom Man-Load wird viel erwartet. Er wird nicht nur sozusagen bei vielen UMPCs und MEDs in Zukunft verwendet werden, sondern auch die Industrie scheint ihr Interesse an so einer Plattform zu haben.